Willkommen bei Gartenkanal auf Janus Moratti bei der exotischen Pflanzen zu farmen und wie es weitergeht und bei der heimischen Sachen zu farmen und wie es weitergeht. Schaut in Kanal-Info, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und TikTok. Schaut auf meiner Homepage vorbei und schaut bei meinem Merch-Shop vorbei und schaut bei ihr vorbei und am Ende des Videos könnt ihr drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Dann teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall. Und hier haben wir die Überwinterung der Pflanzen. Da haben wir die Ananas. Schaut schon gut aus. Ja, und hier haben wir die Vanille. Schaut auch ganz gut aus. Hier haben wir die Kokosnuss. Schaut, naja, nicht so top aus. Hier haben wir die Banane und ihr Avocado. Und die Ananas und Ingwer und die Bananen und die Avocado. Und hier haben wir die rote Ananas. Und hier ist mein Experiment. Zwei Experiment. Und hier haben wir meine Maracuja. Und hier habe ich meine Avocado. Schaut auch ganz gut aus. Da haben wir einen Patienten, was Läuse hat. Den tue ich dabei pflegen für einen Freund von mir. Den habe ich gestern mit Läusemittel eingesprüht. Könnte ich wieder machen. Nochmal. Ja, mache ich dann gleich. Und hier haben wir so die Avocado und so die eine Pflanze da. Und hier die Ananas und Kaktus. Und da ist die Ananas und Avocado und Spargel. Schaut auch ganz gut aus. Die Ananas gefällt mir so sehr. Die könnte ich herschenken. Den mein Freund. So, schaut ganz gut aus. Jetzt sprühen wir den ein. Jetzt seid ihr dabei. Muss ich nur Läusemittel holen. Das sind auch Kletterpflanzen. Und Efeu wächst da überall. Schaut ganz gut aus. Jetzt habe ich das Läusemittel geholt. Das ist da. Da seht man, welche Schädlinge. Da weiße Fliege, Blattläuse und die anderen Blattläuse. Jetzt muss man einfach da drauf drücken. Wegen Kindersperre ist da drinnen. Und jetzt so rüber drehen. Und jetzt kann man schon sprühen. Einsprühen überall. Rundherum. Alles drum und dran. Wenn ihr das auf die Haut bekommt, bitte Hände waschen. Kann man nicht wissen, ist es giftig oder nicht. So. So. Den kleinen, da rette ich schon. Jetzt lassen wir es einwirken. Und dann passt schon. Jetzt sprühen wir nach dem. Was ist da los? Jetzt geht es nicht mehr. Keine Ahnung, wieso. Jetzt. Schaut ganz gut aus. Tschüss Leute. Abonniert meinen Kanal. Daumen hoch. Schaut es in die Videobeschreibung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut es Kanal Info. Schaut es bei ihr vorbei. Und am Ende des Videos. Kannst ihr drei Videos andrücken. und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie. Bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall. Und schaut es auf meine Homepage vorbei. Schaut es auf meine Homepage vorbei. Und schaut es bei i vorbei. Und schaut es bei meinen Merch-Shop vorbei. Bis zum nächsten Video. Und schaut euch. Auf Wiedersehen. Und schaut euch.